Musik Ja, also dein Bogen ist weg. Ja. Ach du meine Güte. Jetzt wollen wir den Bogen wiederfinden? Ja! Gibt es sonst noch ein Problem oder nur den Bogen finden? Das hat sich schon mal ganz schön gruselig angehört. Auch falsche Geil, also so ein komisches Geräusch. Ich brauche den Bogen für heute Abend, wir haben ein Konzert. Ja, ein Konzert. Ja, unbedingt brauche ich ja nicht. Ach so, pass auf, dann könnt ihr kurz so einmal proben ohne Bogen und wir beiden überlegen uns fast. Ihr helft mit, okay? Ja! Also, proben den Bogen und wir brauchen noch dieses gruselige Geräusch, das müssen wir auch noch lösen. Das kriegen wir jetzt einfach viel Spaß zu machen mit der Schlosskaffelle. Musik 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 Ja, die kommt gut, aber das ist noch ein bisschen... Ach so, was schon wiederholt, jetzt gehört. Gleich wieder da, okay? Gleich wieder da. Kennst du den Gärtner? Ja! Ja, der kennt dich auch. Und weißt du was? Der, beziehungsweise dem hast du gestern deinen Bogen geliehen. Du wolltest ihn nämlich einen riesengroßen Wunsch erfüllen. Also mit dem Bogen, den du ihm geliehen hast. Und, äh, die Telefonnummer von ihm gebe ich dir nachher. Also, der Gärtner hatte da einen Bogen, weil er sich einen großen Wunsch erfüllen wollte. Und zwar wollte der immer schon mal mit seiner Säge, mit der er sonst Bäume fällt und Bäumestutz, damit wollte der Musik machen.